Nein, ihr habt keinen Knick in der Optik. Auf die Handyhülle kommt Kuchenglasur. In diesem Geschäft kann man eine Handyhülle, Spiegel- oder Schmuckbox mit Fake-Kuchenglasur dekorieren und so süßen Charms. Schritt Nummer 1, ihr sucht euch zwei Farben für eure Fake-Kuchenglasur. Ihr habt dieses wunderschöne Babyblau und Rosa genommen. Schritt Nummer 2, ihr nehmt eine Schale und könnt zehn große Charms aussuchen. Und die Auswahl war so schwer, weil es gab so viele süße Anhänger. Es gab Hello Kitty, Bärchen, Herzchen, Kirschen und diese süße Popsocket. Von diesen kleinen Anhängern könnt ihr so viele nehmen, wie ihr wollt. Schritt Nummer 3, ihr bekommt eine kleine Lernstunde, wie man diese Glasur richtig aufträgt. Dann nehmt ihr die Pfeile und macht die Handyhülle so ein bisschen kaputt, damit die Oberfläche raus. Bei der Glasur habe ich wieder gemerkt, dass bei mir Armkraft auf jeden Fall gar nicht vorhanden ist. Neben mir war eine Gruppe von Mädchen und die haben das als Geburtstagsaktivität gemacht. Wirklich, wenn ihr mal in Los Angeles seid, speichert euch das Video, geht dahin.